Freunde, neues Factsheet, Faktenblatt Nummer 8 ist mittlerweile erschienen, New Holland T5 und Vicon Phanex 604. Freunde, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich bin richtig froh und glücklich, dass es ähnlich Marken gibt, die wir noch nicht schon seit drei Landwirtschaftsimulator hatten. Die Firma Vicon Phanex sagt mir persönlich gar nichts, überhaupt nicht. Es freut mich aber trotzdem irrsinnig, dass wir hier einen Zeta haben, der hier auch mit der Arbeitsbreite jetzt nicht in die XXL Schiene geht und natürlich auch für den T5 perfekt geeignet ist. Beim T5 haben wir 99 bis 117 PS, je nachdem was für eine Motorleistung wir wählen. Wir haben auch hier wieder die Pflegebereifung und einen Kaufpreis von 110.000 Euro. 11.000 Euro ist der Preis für den Zeta und generell möchte ich euch das wieder dankenswerterweise von der Firma Giant zur Verfügung gestellt ein Gameplay Video zeigen, in dem die beiden Geräte dementsprechend ingame zu sehen sind. Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß beim Video, bis zum nächsten Mal und tschüss.